Heute sprechen wir über die besten Kapzäume im Test. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die besten Kapzäume im Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Die Trense von J.F. Ridesport ist eine preisgünstige Option mit guter Ausstattung, großer Reichweite und guter Passform. Der Kapzäum besteht aus Nylon, das im Vergleich zu Leder gewissen Nachteile in Bezug auf Sensibilität und Passform hat, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist dennoch extrem gut. Es ist in 6 verschiedenen Größen erhältlich Shetty, Mini-Shetty, Bonny, Coop, Full und X-Full und kann auf 4 Arten angepasst werden. Dies macht die Personalisierung unglaublich einfach. Das Nylon-Material ist gut verarbeitet und die Polsterung sorgt für ein schönes, kuscheliges Tragegefühl. Nummer 4. Der Kabel Kapzäum besticht durch seine feine Lederverarbeitung zum kleinen Preis. Dadurch ist das Preis-Leistungs-Verhältnis äußerst günstig. Um eine gute Passform zu gewährleisten, können Sie zwischen zwei Größen Warmblut und Vollblut wählen. Natürlich kann das Modell perfekt an die Kontur des Schädels angepasst werden. Der Kapzäum ist gepolstert, was trotz des günstigen Preises ein angenehmes Tragegefühl bietet. Die silbernen Beschläge sind robust, aber die Schwachstelle des Modells. Die Ringe halten nicht lange, wenn sie nur zum Longieren verwendet werden. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3 der Kawekon oder Kaweson von PS Pferdeartikel mit D-Ringen besticht durch hervorragende Lederverarbeitung und ein gut gepolstertes Nasenstück. Wenn Sie möchten, können Sie mit den mitgelieferten D-Ringen einfach einen Gebissriemen anschneiden. Für eine optimale Polsterung ist der Nasenrücken besonders breit ausgelegt. Der Mittelring des Nasenstücks kann freigedreht werden und die umfangreichen Modifikationen ermöglichen die Anpassung an eine Vielzahl von Pferden. Bei Bedarf können Sie auch zusätzliche Löcher bohren. Der Nackenriemen lässt sich auf eine Länge von 88 bis 112 cm, der Garnache-Riemen auf eine Länge von 49 bis 61 cm und der Kinn-Riemen auf eine Länge von 30 bis 37 cm verstellen. Nummer 2. Wenn Sie nach einem sehr sparsamen Kapsaum suchen, ist das Shires-Modell eine großartige Option. Das Modell ist aus Nylon gefertigt, was nicht ideal ist, um ein schönes Gefühl zu entwickeln, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist aufgrund der guten Passform, der soliden Konstruktion und der angenehmen Polsterung insgesamt hervorragend. Sie können zwischen drei verschiedenen Größen wählen, um ein hohes Maß an Präzision zu erreichen. Als Polsterung kommt Wolf-Lies zum Einsatz, das sich im Test als bemerkenswert zäh und langslebig erwiesen hat. Es ist jedoch zu beachten, dass es etwas leichter verrutscht als Leder-Kapsaums. Und die Nummer 1 unserer Liste. Das Hoseware-Modell hat sich als bester Kapsaum etabliert. Trotz des hohen Preises des Modells sorgen die insgesamt hervorragende Verarbeitung und vier unterschiedliche Größen des Zaumzeuges für einen perfekten Sitz und eine insgesamt hervorragende Verarbeitung. Das Trensen-System ist für das Pferd besonders komfortabel und durch seine hohe Flexibilität insgesamt gut an die Schädelkontur angepasst. Es kann als Zaumzeug oder Halfter verwendet werden, wobei das Genickstück hier etwas größer und unterlegt ist. Der Nasenriemen sitzt gut und belastet empfindliche Stellen nicht. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.